Heidi Klum sorgte mit ihrem Auftritt bei US Talkmaster Jimmy Fallon für Aufsehen. In der Tonight Show legte das Model eine witzige Gesangseinlage hin, bei der ihre Stimme mit der Autotune-Technik verändert wurde. Ein Video davon wurde auf YouTube veröffentlicht. Doch unter dem Clip kommentieren zahlreiche Fans vor allem Heidis Aussehen. Viele sind der Meinung, dass sich Heidis Gesicht verändert hat. Doch hat Heidi tatsächlich nachgeholfen? In ihrem Podcast Kaulitz Hills Senf aus Hollywood sprechen Heidis Ehemann Tom und sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz auch über den Auftritt bei Jimmy Fallon. Heidi war ja auch in der Late-Night-Show. Wir wollten unseren Song promoten, Chai-Tea with Heidi. Wir waren bei Jimmy Fallon, den mag ich sehr, so Tom. Bill hat eine klare Meinung zu Heidis Auftritt. Heidi sah super aus, verdeutlicht der Sänger und steht zu seiner Schwägerin.